Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Saken Inside Sun mit Erl Sun. Hallo! Okay! Ah, Controller sollte ich auch mal wieder connecten lassen. Jetzt müssen wir nach Dase gehen, hier so. Ne, hier. Äh, doofe Frage. Wir sind da umgekommen oder wir sind eingeschlafen und die, die stehen da so rum? Weil die selber schon eingeschlafen sind von den Dingern. Ach so. Funktioniert nur einmal. Ach so. Willkommen zurück. Habt ihr mit Don Perignon gesprochen? Ja, schaut. Was wirst du tun? Äh, wie war nochmal der Mittelteil vom Plan? Phase 1 unter 100. Phase 2. Phase 3. Profit. Okay. Bitteschön. Aber ich hab Phase 2 vergessen. Nein! Soll ich nochmal erklären? Ach ja, Raping Time. Wup, wup. Und danach Profit. So, sie hat einmal gepupst und jetzt passiert das. Sie werden vergiftet. Ne, die pennen ein. Und jetzt können wir Rollante... Naja, überfall... Zurück erobern. Ich will laufen. Ich will laufen. Ich will laufen. Ja. In den Fässern blablabla. In den Fässern befinden sich blablabla. In den Fässern befinden sich blablabla. Wir haben noch alles genug. Ja. In den Fässern befinden sich einige... Nein, 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 ja, Nein, nein... In den Fässern. Bitte nehmen. Wir haben... ...nicht genug. Wir müssen aber den Berg runter. Damit wir wieder aufstocken können. Von Items. Weil, so können wir nicht machen. Echt nicht. Hä? Was? Ich dachte wir haben genug. Es kommt ein längerer Abschnitt. Den können wir so nicht machen. Wir haben zu wenig... Du meinst, wir müssen jetzt runter in die Stadt. richtig werden zu wenig bonbons und war sehr knapp bei kasse ich dachte wunderbar gilt ewig Haken slay! Haken slay! Im Schläge! Das Spiel ja nur zwei. Ja, mache ich auch. Manchmal. Man meint es nicht, aber. Das ist auch gut gespielt. Geht nicht klar, aber was? Schaut doch nicht. Ich nehme es zu machen, aber es ist ja egal. Ich bräuchte eigentlich einen höheren Rückzwert, wenn ich das machen kann, aber es ist eigentlich irrelevant, wenn man nicht wohl öffnet. Zumal du dich immer mehr zu... ...wirklich den Mega-Überkrieger entwickelst, was mir sehr gut gefällt. Nächsten Level-Ups musst du aber eindeutig mehr Vitalität mitnehmen. Ein Vitalitätspunkt? Ja. Hahaha, das hab ich nicht erklärt. Ja, so ein Vertrick eigentlich, um diesem Damage zu entgehen. Nee, brauche ich nicht. Das des Berges ist nicht so schwer und anstrengend, als dass ich nochmal Hit-Points nachfüllen müsste. Im Notfall kann ich ja auch immer noch mit ihr hingehen und Dinge tun, die der Mensch machen auf Gegner. Wir gehen auch gleich in ein Inn, oder? Ja, natürlich. Alles drum und dran. Sie hat aber einen anderen Angriff, oder? Von die Film? Wissen mal kamen die Teilchen auf den Boden? Ja, bei Einzelnen. Ah, so. Die haben sich hier die Mühe gemacht, zwei verschiedene Animationen zu machen. Am besten sieht dunkel aus. Einzelne oder doppel? Echt, das sieht so geil aus. So, mal wieder hier schön zaubern. How to play this game? Nimm die Magierin mit. Nein, nicht mal. Aber sie ist an den Haupt-Damage-Output-Quillen. Um sie zu ersetzen, hätte ich schon Kevin nehmen müssen. Den Wolfsmensch. Der hat die Möglichkeit, zwei Mal anzugreifen. Nachts kann er sich in den Werwolf wandeln, wo sein Damage ungefähr doppelt bis dreifacht wird, je nachdem. Schon übel. Na, warte mal. Wir sind schon am Fuße des Bergs. Ich hab selber nie aufgepasst. Ups. So. Die haben es hier noch nicht mitbekommen, dass wir da oben eine Invasion machen. Psch, psch. Das macht doch nichts. Ne, Samen hatten wir nicht. Ja. Einmal bei Nacht. Boah. Secret of Mana. Eines dieser RPG-Spiele-Serien, die sich extrem leicht eigentlich durchspielen lassen, wenn man es ein bisschen raus hat einmal. Ohne viel zu leveln. Es dauert nur lange, weil es halt JRPG ist. Wir sind schon vier Stunden im Spiel. Hooray. Und haben dreimal das Spiel beendet. Bin ich sogar viermal, ich hab's. Sollen wir viermal, sollen wir viermal, ich geh, ich geh, oh Katze. Äh, ja, das ist... Oh, mein Vater muss raus. Es wird schon wieder so spät, meine Gute. Ach, ne, haben wir schon? Wir haben alle schon. Ich bin grad mal so mit Panne wie du und hab's vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Ich schon. Deswegen... Bist du gerade wieder Schatten, Boah, Schatti? Nein. Ja. Nein. Doch. Nein. Wohl. Nein. Ich bin ich. Ne, wir können Honig kaufen. Traumhaft. Boah, Schokolade hat die 300. Ich glaube, ich müsste den mal Dutz machen. Der sieht bestimmt aus wie Doremi. Nein. So. Aber was habt ihr heute noch so vor? Aber was habt ihr heute noch so vor? Doch um ihr für sich mal. Für uns scheiße. Wir gucken uns übrigens jetzt zu, wie wir einkaufen. Oh. Oh, nicht definitiv. Kostet einfach viel zu wenig. Ich mein, überleg dir mal. Es heilt einfach die KP voll und kostet grad mal 75 Gold. Beziehungsweise Look. Apfelkuchen war das, oder? Ja, das war aber Fable. Ja, aber Apfelkuchen war das, oder? Ja. Habe ich ja auch damit an... vor... an... zu fangen. Hast du überhaupt schon was aufgehoben? Weiß ich ja nicht mehr. Nee, noch nicht. Aber bald. Morgen nehm ich noch ein bisschen Luffy auf. Und dann denke ich mir mal. Fable. Ja. Definitiv. Ein ganz heißer Typ. Weiß die für 10 Euro? Oder im Sale? Nein, ich glaube ich hab's im Sale gekriegt. Ich bin mir nicht sicher. Weihnachten oder so. Oder man kauft sie im Sale. Wollte ich ja gerade eben. Ja, 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 ja. Weihnachten, Ostern, Sommersale, Winter Sale. Ich warte ja auch auf ein Ostersale für was anderes. Was war's denn? Für Ease 1. Ne, Chronicles 1 war wieder Ease. Wir brauchen... Wundertau kann man drin lassen, definitiv. Honig haben wir drin. Ne, wir haben jetzt Schoki... Bonbon, Schoki... Sturmmünzen. Wahlenhaus. Schrumpfhammer brauchen wir nicht mehr. Sturmmünzen. Doch, wenn wir eingeschrumpft werden, dann musst du damit Schrumpfhammer draufhauen, oder nicht? Okay, ja. Geht ja auch reversed. Wofür brauchen wir die Sturmmünzen? Gesammelt? Funden? Wofür brauchen wir die? Hab ich dir vorhin schon mal erklärt. Ja, aber sollen wir die nicht verstauen? Wunderbund. Wundertau können wir uns ein paar mal kaufen. Genau, was soll ich machen? Weil mein Dampf faul ist runterzulaufen, ne? Damit meine ich mich. Windmage gegangen. So, da kann man drin lassen. Vielleicht brauchen wir's mal. Ja. Außerdem hab ich alle Plätze, die ich brauche, eigentlich ausgeloadet. Also wir haben Bonbon, Schoki... Was? Warte, warte, warte. Weiter, geh mal weiter. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Traumkraut. Was ist das? Zwischen Tag und Nacht. Schla bla bla. Yep. Wechsel. Ja, das ist alles. Noch nie. Das braucht man, wenn man Kevin dabei hat. Damit man problemlos... Wir haben schon alles eingekauft. Echt? Warte mal. Passt doch nie auf, wenn ich selber spiele. Viel zu einfach. So, dann haben wir uns jetzt schon seit neun Minuten in diesem Part auf das Dungeonchen vorbereitet. Sollte... Muss sich aber sehr lohnen. Ja, ich bereite mich vor, obwohl ich dieses Spiel einfach nenne. Liar! Ja, meine andere Ausführung geführt hat, wenn man ein bisschen... Wenn man ein bisschen mit Überlegungen rangeht, geht's auch so. Ne, im Prinzip muss man wissen, dass man beim Klassenwechsel auch... Einige andere Stats werden mitgelevelt auch. Also zum Beispiel... Wir werden aber kein Klassenlevel kriegen. Zum Beispiel bekommst du... Äh... Set... Ähm... Gehst du vom Zwei-Geist aus sechs oder so. Klassenwechsel... Ach... Ich weiß ganz genau, warum wir den kriegen. Keine Sorgen. Mit 18? Ja. Und ich hab auch schon alles geplant, dass wir den passend bekommen. Nach einem Abschnitt. Werde ich dann aber auch erwähnen. Ist mir dir sicher? Ja. Weil ich's nämlich machen werde. Außerhalb der Aufnahme werde ich mich drum kümmern. Okay. Gut. Du levelst uns also, war schön. Joa, ich level. Ich hab da schon... Ich hab schon so oft dieses Spiel bis dahin gespielt und hab's dann wieder aufgegeben, weil's mir zu viel Zeit gezogen hat. Oder ich dann ein anderes Game hatte und deswegen das hier vergessen habe. Bam! Das warst du diesmal aber nicht. Hm, geht ja auch nicht. Ich hab zu viel Beweise rumgegeben. Scheiße, ich bin nicht weit genug weg. Ach gut. Ist ja auch egal. Musst du mitnehmen. Damage. Nein! Nein! Ja gut, ich wäre auch dafür, dass wir hier... The Last Remnants Teil einfach die Hitpoints für alle verteilen würden. Das heißt also, dass wir jetzt einige Unit genau so viele Hitpoints haben, wie der Einzelne von uns hat. Da hätten wir schon 500. Oder? Weiß ich nicht. Ich hab grad nur... Ich hab nur gehob den Kopf überschlagen. Passt schon irgendwie. 160... Oh! Kannst du bitte... Oh, Mann, die Qualität. Sonst hab ich... Sonst hab ich... Sonst hab ich wieder beim nächsten Level Up schon wieder mehr live als du. So peinlich. Chimi Teufels Auge. What the fuck? Ja, hier wird sogar noch Japanisch verwendet. Sehr schön. Beziehungsweise sehr... Roman... Romanisiert das beziehungsweise... Egal. Erklärt euch Ariel später. Nein. Wer eine Kommentare-Frage dazu hat, dann muss Ariel lieber antworten. Nein. Weil Ariel nämlich rote Haare hat. Nein. Nein. Ich hab bald dooffarbene Haare. So. Ja, du bist naturblond. Ich weiß. Ich weiß. So. Doch. Nein. Nein. Mann. Doch, doch. Ich wollte gerade noch eine Nahrung klauen. So. Hi Ariel. Dann müssen wir doch hin. Ja, aber hier rechts ist auch noch ein Eingang. Hm. Ne, wo mussten wir nochmal hin? Ich bin mir grad nicht sicher. Wie war das? Ja. Hier ist eindeutig das Indiz dafür, dass wir hier hin müssen. Wir wollen eine Speicherstatue. Ach du Schlossirren. Ja soll ich mir auch machen. Die ähm, auf mysteriöse Weise nachher verschwunden ist. Wahrscheinlich. G-Game Logic. So. Yes yes. Hier müssen wir jetzt runter. Brrrrrrrr! Ha ha ha. St du mal hier runter? Scheiß drauf. Hier ist ne goldene Tür. Wir müssen hier rein. Kaputt, Kaputt, Kaputt. Hallo. Bullshit. Was ist das hier? später kommt dass du hier wäre eigentlich der akt von ihnen zu ende gegangen wir haben ja will und wenn wir zusammen schleppt auch nicht deswegen ich habe mich vertragen weil das nämlich am Ende des Prologs von ihr kommt die schläft warum schläft die warum schläft der nicht weil doch einige Nudeln da sind lass mich vergessen hallo ich weiß ich krieg keinen EP du Nudeln doch nein ich glaube auch nur im radius wo man die getötet kriegt man die EP deswegen alle die gerade in der Truppe sind EP ja hast recht oder ich habe Rolante nicht im Kopf wo willst du hin ich weiß es nicht genau ich habe Rolante nicht im Kopf da nicht da geht es in die privaten Märchen das weiß ich nicht wir müssen da hoch da das muss man ja war doch ja da machen wir noch einen immerhin sind 18 Erfahrungen eigentlich ein ganz guter Farben ne da wo ich da wo ich 18 mache gibt es viel besser ja Mädchen ja ich bin gerade am überlegen genau deswegen L du hast mal genau meine Gedanken ich hätte kommen ja das recht genau jetzt hat so ja und dann in die Tür wie ich gerade wollte ich meine wir müssen hier raus da sind wir da draußen ganz ja ich sagte ich habe Rolante nicht mehr im Kopf schlimm ist das ich glaube da müssen wir auch nicht hin es ist schön dass du da stehen bleibst ich kann mich nicht bewegen da war nichts jetzt müssen wir einfach mal auf die andere Seite warte doch erstmal kurz bis die Truhe da ist das tat man auch schon nein ich meine wir mussten nach Osten ich meine wir mussten in den östlichen Abschnitt des Schlösses da waren wir aber gerade ich weiß aber da ist noch ein Weg den wir nicht gegangen sind wie ihr seht den selben Screen wie wir gerade auch ja ja sorry das findet ihr doch jetzt ja du musst hier waren wir schon zum dritten Mal aber hier haben wir noch im Osten noch einen Gang ausgelassen ja sehr schön du redest ja wir müssen hier um unser Leben kämpfen was machst du Ariel ich muss flirten natürlich was denkst du denn was du Menke aber haben die Mönste hier zu suchen jaaa anscheinend ist das Ding jetzt ein Monster wobei vorher ein ganz normaler Gegner war den nur am Anfang von egal das ist ein Monster das ich doch gehalten habe das ist einfach ja 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 alter wie perfekt wäre das bitteschön hätten wir Kevin dabei wir würden immer wir könnten in den Bosskämpfen immer dafür sorgen dass es kurz mal nacht wird ich sollte Angela zaubern ich sollte Angela zaubern machen die nippelt mir sonst ja die nippeln gleich abnippeln ich muss jetzt mega super schnell die Taste hämmern die ich brauche und zack so was wirklich ein bisschen unnützlich ist dass äh das Kampfsystem so gehalten ist alles pausiert wenn irgendwie Magie oder so kommt du hast schon speziell Angriff ready ne sehr schön wie gleichzeitig ihr den macht ich hab immer noch einen ready ja weil die Back nicht getroffen hat weil die Hitbox-Berechnung in diesem Spiel von einem rezibilen Affen gemacht wurde also dass ein Affe sowas machen kann Respekt ja da ist Frau ah hallo Dingbox wer ist es da? einer Wachensoldat? hör mir an führe ich mich hart einst war ich einer von denen aber jetzt das sieht er wie her ich bin voll schul eine Frau namens Isabella hat jeden in ihrem Bank gezogen ich bin hier um sie aufzuhalten weil sie meine Geliebte war nur mal so nein ne was die Prinzessin war ne die Blauhaarige hm danke Isabella ist eine Blondin ne? mhm die Blauhaarige war seine Freundin ja ich hab ihren Namen vergessen Bella hm danke hm danke nochmal genau aber ich glaube mir die erste der wahre sei in diesem Spiel würde niemals jeweils jemand töten Isabella Bigi Bigi Bigiö 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 du kannst es du musst eine Frau du kannst es Bigiö 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 Isabella die Bigiö Ok, sie ist verantwortlich wie ich den tut meines besten Freundes, Adler, sie hat auch meine Schwester Jessica, das ist meine Freundin, verblucht, wenn Bitsch stirbt, stirbt, scharf Jessica. Ich habe gerade Bitsch gesagt, sie muss stringent bleiben, wenn Bitsch stirbt. Bitte, wenn Bitsch, wenn Bitsch jemals, wenn Bitsch jemals, dann dürtet ihr nicht, haltet sie, warum geht ich jetzt ein bisschen fortfällig, ich weiß nicht, ich habe es mir nicht gehört, aber, oh Gott, ich verstehe, ich bin Zordi, Prinzessin von Roland und werde dich töten, wäre ich auch, äh, wäre ich, wie gerne ich auch meinen Vater, ich mache es so wie du, ich lese es einfach direkt, wie rechne ich gerne würde, auch meinen Vater, kann ich kein unschuldiges Mädchen töten? Ja, so kann man nämlich, perfekt, wie immer ich, ja, ich wusste es, ach, ich könnte dich küssen. Oh, Aaron, ja, 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 ich bin nicht Aaron, ich bin Rock. Oh, was machst du ich? Oh, Entschuldige, ich stand, Wilderson, neben mir. Was wäre das, äh, was? Ich weiß nicht, ob ich die schaffe, ich will so nicht fangen. Ja, danke, ich gehe nun alleine weiter, bis dann. Hauptsache alle anderen noch in Kampfpose. Yeah, we are cool cool. Ja, ich wusste doch, wir mussten in den ostlichen Teil des Schlosses. So, wie lange, wo? So lange, egal. So, na, komm, Mädels. Hooray. Ja, ich hab den Zaun, ich hab den Zaun vergegutscht. So. Ja, jetzt müssen wir auch über diesen Plot Bescheid. Obwohl wir gar nichts mit dem zu tun haben, weil keiner von... Doch, ich hab was mit ner Ware zu tun. Wir greifen den Land als... Und hier war ne Speicherstatue. Nein? Bitte? Nein. Genau deswegen hätt ich den erstmal in Ruhe gelassen. Niemals. Du weißt doch, dass die die Winger werfen. Oh, guck mal, du bist ganz schön deiner Einzelteile zerteilt, Arryl. Nö, bei mir bin ich ganz. Bei mir stehst du gerade mit dem Kopf nach oben und dein... Dein Sprite nach unten ist versetzt. Sehr schön. Hm. Eine wilde Truhe in Arryls Nähe. In der ein Bombaum ist. Weißt gar nicht, was du hast? Mal, wenn ich die Truhe aufmachen, also gut. Ja, ja. Oh Gott, wenn wir in einem Bosskampf mit mir Angela mit 87 HP Angst machen. Tod. Ja. Guck mal, da ist ein Schwer. Ich glaube, ich muss das ziehen, denn das ist Hex-Kalibur. Hex-Kalibur. Es ist Hex-Kalibur, es ist verhext. Yay. Die Level-Up wäre nochmal ganz nice. Das war Level 12. Ich weiß noch nicht, wie realistisch das ist, aber ich hätte es wirklich ganz gerne. Safety-Level-Up. Ich weiß gar nicht, was du an den Drohnen immer auszusetzen hast, Arryl. Wirklich. Ja, ja, Giftgas, Mann. Nicht mehr sehen, den Schaden. Solche Chancen brauchen. Wir haben trotzdem HP von 2. Boom. Voll gesnipert. Die, 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 es wird schon Nacht. Ja. Okay, Level 12 hinzu. Erstmal nix. So, ich muss gleich mal gucken, wo der Speicherort ist. Ich beziehe nämlich gerade eigentlich diese Zeit, die ich aufnehme. Ja, guck, ich bin jetzt schon mal 25 Ball. Sie, Target ist eigentlich so für Part 25. Beziehungsweise im Rahmen von Part 24. Bam. Ja, ja, ja. Nein, nein. Keck, Leck. Warum nicht? Als er zum Impost geht, fällt mir gerade mal wieder ein. So, so insten, so. Bam. Das weiß ich ja nicht. Ja, deswegen. Nein, 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 nein. Halt, stopp. Wir sind Frame Perfect da. Das ist wirklich 25 gleich. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Baba.